Hallo, herzlich willkommen zu Sally's Welt. Heute habe ich ein richtig leckeres Kuchenrezept für euch und zwar gibt es einen Amarettini-Zupfkuchen. Ich habe hier im Prinzip meinen russischen Zupfkuchen abgewandelt, habe einen Amarettini-Bröselboden gemacht, hier obendrauf natürlich auch noch Amarettini-Kekse und Mandeln. Also Amarettini sind kleine italienische Kekse und die sind wirklich super lecker und innen drin sind noch ein paar Aprikosenstücke und das ist wirklich ein super saftiger Kuchen, super schnell gemacht und vor allem finde ich es schön, man hat drei Komponenten, das heißt den Boden, die Creme und dann eben noch die Streusel, aber man hat nur einen Zubereitungsschritt und zwar Boden und Streusel ist dieselbe Masse. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal die Streuselmasse und dafür die Zutaten, die wir benötigen. Fast verhaspelt, aber egal. Für den Boden und die Streusel brauche ich 250 Gramm Amarettini-Kekse, 200 Gramm kalte Butter, 250 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz und einen Teelöffel Backpulver. Zuerst kümmere ich mich jetzt um die Kekse. Statt Amarettini könnt ihr zum Beispiel auch Spekulatius verwenden und die werden jetzt einfach zerkleinert. Ich nehme jetzt dafür hier diese Reibe. Ihr könnt sie aber auch gerne in einen Gefrierbeutel reinfüllen und dann mit dem Nudelholz draufschlagen. Eine Handvoll der Kekse habe ich jetzt übrig gelassen, die brauche ich nämlich später für die Deko. Die Kekse gebe ich jetzt hier in eine Schüssel rein und ihr braucht jetzt auch dafür keine Küchenmaschine und auch kein Handrührgerät, denn ich werde jetzt die Streuselmasse einfach mit den Händen zusammenfügen. Also jetzt kommen einfach noch die restlichen Zutaten mit rein. Butter, Mehl, Zucker und Backpulver und Salz. Und jetzt könnt ihr die Zutaten entweder mit der Hand oder mit einem Teigzerhacker kurz vermischen. Jetzt fülle ich zwei Drittel der Streuselmasse in meinen vorbereiteten Backring, den habe ich bereits auf 26 cm eingestellt. Und das ist wirklich eine ganz tolle Masse. Ich benutze jetzt nämlich einmal für den Boden und einmal für die Streusel. Und jetzt könnte ich hier die Masse am Boden festdrücken und auch einen kleinen Rand nach oben ziehen. Der Boden ist jetzt bereit, den stelle ich kurz zur Seite und werde jetzt in der Zwischenzeit schon mal die Füllung zubereiten und zeige euch hier vorne die restlichen Zutaten. Für die Füllung brauche ich 5 Eier, 150 Gramm Zucker, 750 Gramm Quark, 200 Gramm Schmand, 70 Gramm Butter, einen Teelöffel Vanilleextrakt, 30 Gramm Stärke, eine Dose Aprikose, den Saft einer halben Zitrone, Orangenschalenabrieb, hier habe ich noch 30 Gramm gehobelte Mandeln und für die Deko später etwas Dekorschnee. Okay, das heißt eine Dose Aprikosen, aber Dose Aprikose hat sich halt gut gereimt. Eine Dose Aprikose und die Eier dazu. Also für die Füllung nehmen wir jetzt die Eier. Die kommen jetzt in die Schüssel, werden gemeinsam mit dem Zucker ein wenig schaumig gerührt. Zur schaumigen Eiermasse gebe ich jetzt noch den Magerquark dazu und rühre auch den Schmand, die flüssige Butter, das Vanilleextrakt und die Stärke ein. Zum Schluss verfeinere ich die Füllung noch mit dem Zitronensaft und mit der abgeriebenen Orangenschale. Und jetzt fülle ich die Creme hier in den Tortenring. Ich finde, wir sollten auch mal einen Zebra-Käsekuchen machen. Da macht man immer Schoko und Weiß im Wechsel. Das ist auch cool. So, der Rest bleibt zum Ausschlecken. Also ich mag Käsekuchen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schläge die immer gern aus. Jetzt nehme ich die Aprikosen, die habe ich bereits fein gewürfelt. Ihr könnt dann natürlich auch Pfirsich nehmen oder Mandarinen. Alles, was ihr möchtet, ihr könnt sie aber auch gerne weglassen. Aber ich finde, die bringen nochmal so ein bisschen Frucht mit rein, ein bisschen Feuchtigkeit. Und ich mag Frucht ganz gerne. Wer mag, kann auch zum Beispiel Rosinen nehmen und die vorher in Rum- oder Apfelsaft tränken und die mit reingeben. Die Variante gibt es auch. Das sollte auf jeden Fall reichen. Den Rest werden wir einfach in unseren Obstsalat geben. Jetzt kommen hier noch die Streusel drauf. Und wer möchte, kann jetzt hier noch die gehobelten Mandeln mit reingeben. Ich gebe jetzt hier noch ein paar Amarettini drauf. Die könnt ihr jetzt im Ganzen oder ganz grob zerbröselt draufgeben. Der Zupfkuchen wird jetzt im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für etwa 70 bis 80 Minuten gebacken. Um festzustellen, ob der Zupfkuchen fertig ist, rüttel ich ganz vorsichtig am Blech und er sollte dann aussehen wie ein fester Wackelpudding. Anschließend kann ich dann direkt den Tortenrahmen lösen und den Zupfkuchen vollständig abkühlen lassen. Ich habe jetzt den Zupfkuchen vollständig abkühlen lassen und ihn dann auch noch für eine Stunde in den Kühlschrank gestellt, damit er jetzt schön kalt ist. Und ich habe ihn dann anschließend mit etwas Dekorschnee bestreut. Das ist ein Schnee, der einfach nicht drauf schmilzt. Ein richtig schöner Puderzucker. Und jetzt wieder angeschnitten. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wow, lecker knuspriger Boden. Ach, warum der Geiz? Ich mache einfach ein großes Kuchelstück. Bereit? Oh mein Gott. Sieht der nicht gut aus? Der sieht richtig gut aus. Und wisst ihr, was da jetzt noch der Oberhammer wäre, wenn man jetzt noch so einen selbstgemachten Kompott macht, aus Orange und Aprikose und das so ein bisschen drüber träufeln lässt? Mega. Ja, leider, leider, ich sage es nochmal, leider ist der Murat nicht da. Der ist gerade auf Reisen, ganz weit weg in China. Daher muss ich mich jetzt opfern und diesen Zupfkuchen für euch probieren. Oh, der riecht so lecker. Nach Orange, nach Ameritini. Ach, ich höre auf zu reden. Ich muss aufhören, ich muss gehen. Okay, das kann ich euch nicht antun. Ich muss euch natürlich verraten, wo es das Rezept gibt. Falls ihr diesen leckeren Kuchen auch machen möchtet, dann schaut auf meinem Blog vorbei, auf sallys-blog.de. Da steht nochmal alles ganz genau für euch. Und verfeinern könnt ihr den Kuchen und die Masse übrigens auch gerne mit etwas Amaretto. Dann schmeckt der Kuchen einfach viel, viel mehr nach Ameritini. Aber ich finde ihn so einfach schon richtig perfekt. Und ich verabschiede mich jetzt von euch, setze mich hin, lasse noch einen Kaffee raus und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, tschüss! Jungs, kommt vorbei. Es gibt leckeres Essen. Okay, Jungs und Andi. Andrea! Jungs, kommt vorbei.